So und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge greift hier und in der folgenden Folge sind wir da drinnen gewesen und haben uns aus dem PC den Game Code geholt und jetzt werden wir zurück sprinten Oh das war wieder mal so geil dass es nicht blieb Wie sehr schön Mir war ja keine wie lange das dauert bis sie wieder Puste regeneriert Und wie langsam der regeneriert Naja wir gehen jetzt zurück Denn wir haben vor einer folgenden Folge einen Code gefunden und der hieß 1139 und ich schätze jetzt immer weil wo soll es sonst weitergehen es ging sonst nichts weiter dass wir den hier Nein gewissen Äh 11 Ne 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 shit Okay verstehe ich das Warte Warte war das schon mal? Ja alles klar Okay Bevor ich da jetzt hinunter gehe Ich würde jetzt einmal sagen dass da jetzt gleich irgendwas passiert Kommen wir hier was? Nö Lichtflackers Lackers Toll Stückhol Da stand Dachte ich mir da stand doch was oder? Ich dachte mir, hä, steht da irgendwas, weil da stand tatsächlich was. Hätte wir verstanden, hast du nicht mehr. Wunderbar. Oh ja, jetzt entspüren. Glaubst du ja. Oh nee. Könnte es fdg. Hä? Ah, okay, wir haben uns gespeichert. Alles klar. Dann wäre es jetzt eigentlich... Ja, das ist jetzt blöd gewesen von mir. Dann wäre es jetzt eigentlich klug. Wenn ich jetzt gespeichert habe... Hey, ja, ich bin hier richtig... Das beschissen ist, ich habe da jetzt gespeichert. Halt mein Nöster nicht mehr. Doch, das soll ich nicht. Ich habe jetzt gespeichert und wenn ich jetzt weitergehe, muss ich es sich über ewig zu den Speicherstand spielen. Aber es ist jetzt blöd, wenn ich dann in der nächsten Folge... Wenn ich jetzt weitergehe und nicht mehr zwischen dem Speicherstand spielen. Das möchte ich ja nicht nicht. Ich möchte nicht so lange, so ehlend lange Folgen haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch vor. Äh, okay. Irgendwo ist bei uns ein Monster in den hier. Oh, ne, ne, das ist Ketchup. Geh einfach weiter. Hab ich nicht gesagt, du sollst weiter... Oh, du Wichser! Ja, komm her, Alter! Du Wichser! Fick dich! Wichser! Was der hell? Wer war er? Hallo! Ich muss den kalt, bitte! Keine Signal. Ne, wir haben ja keine Gutheome mehr. Ha! Dammit! Keine Signal. Ja, du ne, keine Signal. Aber, der kann. Ja, du misst. Wo ist der Hammer? Warte kurz. Nein! Ich hätte das noch vorschauen. Ja, wie schnell der ist! Fick dich! Alter! Dummer Wichser! Ah, shit! Ja! Er fickt mich! Da kann man mal ein erklären, wie ich leider... und wie kann ich bitte ich war oder wie funktioniert was Hm hm hm. Prozent die Bieter geht der Leiter hoch die ich mag das nicht also ich mag das schon es ist das Spiel sei nicht ziemlich cool nur so kann ich jetzt keine Leitern hochklettern okay das ist dann das betrifft nicht mehr Milchkotor sein blödesignen ja genau viel besser ohne her kannst du keine behinderte normale Leiter gehen oder oder ok alright ja Nein! Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Oh, was ich? Loh. Wieso kannst du keine Leiter klettern? LOL I called the police Hello Ich hab grad, ob es nicht irgendeine Taste gibt, wo der Spasti Hoppala Ja, keine Ahnung, Leute Auf jeden Fall, weil ich das jetzt aufhören Ich hab keine Ahnung, wie man Leiter klettern Irgendwie scheiße, weil jetzt weiß man schon ein bisschen was Aber Ich finde das immer blöd Wenn ein das nicht genau erklärt wird, weil Ich kann einfach gegen die scheiß Wand, gegen diese scheiß Leiter springen, es passiert nichts Keine Ahnung Aber ja, ich werde mich schlau machen und dann hoffentlich hätte ich das gefallen Die zwei Folgen immer, die habe ich jetzt in einer Session aufgenommen Weil ich eigentlich recht wenig Zeit habe Ich hatte ja schon Die erste Folge, weil ich glaube ich Gefühlte drei, viermal probiert Jedes Mal was anderes Okay, einmal war ich selber schuld Aber ich bin nicht rausgeswitcht auf dem anderen Bildschirm und dann wieder zurück und dann war alles asynchron Nicht mehr zum wieder herrscht, also doch Das war kacke, weil ich hab da zwar die Audiospum zu sagen, also wieder in die Richtung, aber es war trotzdem immer noch schlecht Also, okay, ich war eh nicht weit, ja bla bla bla, aber egal Dass sie dann hier kennen Also, dann hoffentlich haben die beiden Folgen gefallen und wir sehen uns dann bei den nächsten zwei, also bei den nächsten Folgen Tschüss! Tschüss!